Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen und zu einer weiteren Folge von Geniale Schachzüge. Die folgende Stellung ist der Partie Leonid Stein gegen Lajos Portis entnommen, gespielt beim Interzonenturnier 1962 in Stockholm. Toll, Stein ein starker russischer Großmeister, Portis ein starker ungarischer Großmeister. Wir sehen, Schwarz attackiert gerade den Läufer zweimal, auf C4 droht ihn zu schlagen, gleichzeitig auch mit einem Angriff auf die Dame. Was meint ihr, hat Leonid Stein hier entkorkt? Ihr könnt wie immer bei diesen Videos dasselbe pausieren und schauen, ob ihr den Zug findet. Ihr könnt das Ganze natürlich auch immer als Aufgabe betrachten, dementsprechend, oder ihr könnt einfach das Video genießen. Ja, Leonid Stein hat hier schon zwei Leichtfiguren in Richtung des Schwarzen Königsflügels postiert und er zog nicht den Läufer weg von C4, er schlug auch nicht auf E6, er schlug auf G7, diesen Bauern hier, und zerstörte einen Teil der Schwarzen Königsfestung. Warum funktioniert das Ganze? Das ist auch mit Abstand der beste Zug und auch der Gewinnzug in dieser Stellung. Fangen wir mal an mit dem ersten Zug, den man berechnen muss, König schlicht G7, der ist einfach. Dann folgt Läufer F6, Schach, und egal wohin der König geht, er wird schnell matt gesetzt. König G8 folgt damit E2 mit dieser Idee, und Schwarz kann hier das matt nicht verhindern, das baldige. Wenn der König nach vorne läuft, nach G6, folgt Turm D3, und auch hier wird der schwarze König nicht überleben. Gut, in der Partie kam Läufer schlicht C4, und das ist natürlich auch der schwierigere Zug, den man vorher berechnen muss. Springer schlicht G7 für sich alleine war jetzt nicht so wahnsinnig schwierig zu sehen, aber was passiert hier eigentlich nach Läufer schlicht C4? Was ist die Pointe der weißen Spielweise? Es gewinnt hier nur ein Zug. Man zieht jetzt die Dame nicht weg, man spielt hier Läufer F6. Ein schöner Zug. Was droht hier weiß, das müsstet ihr natürlich jetzt sehen, es droht Schach matt in zwei Zügen, und zwar der Abzug des Springers mit einem Schach, König G8, und dann Springer H6. Schach matt. Deswegen kann Schwarz nicht die Dame nehmen auf E2, wegen dieses Mats. In der Partie probierte Poetisch noch Läufer E7 mit Angriff auf diesen Läufer hier. Und hier gewinnt weiß auch nur durch eine bestimmte Idee. Was hat Leonid Stein hier gezogen? Was meint hier? Es gewinnt hier der Zug der weißen Dame nach F3 oder F2? Dame F3. Dame F2 ist genau die gleiche Idee. Die Idee ist, den Läufer zu decken. Machen wir mal gelb. Deck den Läufer. Die Idee ist jetzt einfach, wenn Schwarz Läufer schlicht F6 spielt, dann nimmt die Dame auf F6 und Schwarz kann gegen den Abzug des Springers nichts unternehmen. Es folgt Springer F5 Schach, nebst Springer H6 Schach matt. Und Schwarz kann hier nichts machen. Zum Beispiel Springer D7 mit Angriff auf die Dame. Natürlich, das ist jetzt einfach Turmschlicht D7. Der Verteidiger wird einfach entfernt, weil nach Dame schlicht D7 Springer H5 Schach oder Springer E5 oder Springer E8, das ist alles das gleiche, König G8 folgt. Dame G7 letztendlich Schach matt. Nach Dame F3 gehen wir zurück zur Partie. Gab Schwarz tatsächlich auf, denn es gibt hier wirklich keine Verteidigung. Eine Variante vielleicht noch, die ich zeigen könnte, ist König G8. Wenn der König aus dieser Diagonale weggeht, dann folgt einfach Springer F5 mit der Idee auf H6 wieder matt zu setzen. Läufer schlicht F6 und jetzt Springer H6 Schach. Und egal, wohin der König geht, H8 oder G7, es folgt Dame schlicht F6 Schach matt hier. Ja, das war die heutige Folge von Geniale Schachzüge. Ein kurzer, knackiger Angriff am Königsflügel von Leonin Stein gegen Lajos Portis aus dem Jahr 1962. Wenn ihr noch weitere Geniale Schachzüge sehen möchtet, dann schaut einfach mal in die Playlist hier auf der Seite. Dort habe ich viele, viele weitere Beispiele gesammelt. Vielen Dank fürs Zuschauen.